Herzlich willkommen in unserem Autohaus Nauen. Als familiengeführtes Unternehmen mit mehr als 115 Mitarbeiter ist es unser Ziel, Sie zu begeistern und zu überzeugen. Ich bin seit 30 Jahren in unserem Familienunternehmen tätig und hier fühle ich mich wohl. Und ich bin die zweite Generation im Autohaus Nauen. Eine flache Hierarchie und direkte Ansprechpartner ermöglichen uns hier im Haus schnelle Entscheidungen. Wir legen größten Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiter mit unserem Unternehmen identifizieren. Denn nur wenn sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen, spürt dies auch der Kunde. Nauen steht für Volkswagen, Volkswagen-Nutzfahrzeuge und Audi. Vom Hotel ins Autohaus. Aufmerksamkeit, Herzigkeit und eine Wohlfühlatmosphäre sind uns auch hier bei Nauen sehr wichtig. Unser Maskottchen gehört natürlich auch zur Familie. Wir verkaufen nicht nur Service, sondern besondere Erlebnisse. Service bedeutet für uns einen Gedanken weiter, einen Schritt schneller und eine Idee besser wie alle anderen zu sein. Wir haben keine Kunden, wir haben Gäste. Bei Autohaus Nauen wird Teamwork und Zusammenarbeit groß geschrieben. Und diese Qualität, die geben wir an den Kunden weiter. Wir sehen in jeder Reklamation auch eine Chance. Eine Chance aus einem bis dahin zufriedenen Kunden einen völlig begeisterten Kunden zu machen. Durch den familiären Kontakt stellen wir in unserem Unternehmen große Identifikationen her. Unser Slogan lautet immer etwas Besonderes. Unser Ziel ist es, diesem Leitsatz Tag für Tag gerecht zu werden. Wir wollen unsere Kunden zum Lachen bringen, glücklich machen und begeistern. Und wenn wir es schaffen, dass Mitarbeiter zur Familie und Kunden zu Freunden werden und dabei noch unsere unternehmerischen Ziele erreicht werden, dann sind auch wir glücklich. Audi und Volkswagen kann jeder. Nauen können nur wir. - Bis zum nächsten Mal.